die Kunde der Neuferge Rauf von Leiter und Fortschritt wieder wie auf dem Erd Erschwürger Kiesel und Meisterschaft wird mittlerweile und ja ich hab es gibt es zum Anzahmen bis zum Teil bis mit Farnal Testfahrten nur gemacht sie müssen zu steuern das gibt es eigentlich und er hat gesagt auch wenn sie zu 60. meistens bis zum 30 gezockt aber ein Jahr das Wochenende die ich mich für den Post die dieses ganz erbrechende ohne Ende in die Schlacht geben der Katze ich entschuldige mich für meine Mieten die er wird los geht's jetzt fahr mit Gott ich hab meinen Patzer, ich hab den Kontrolle, Alter ok, ich glaub ich fahr nach C also auf geht's ich mach so gut, Panzer fahr ok los, fahr wir haben unsere Flugzeug weg geht's zu weit entfernt die Welt ist noch nicht angekommen große die Katze ist wieder da alle liegen, die wir jetzt hier müssen wir bis zur Zukunft das wird jemand nehmen nebenher bei der Katze gerade los, jetzt fahr nach A oh fuck, feindliche Panzer gefunden ich kann schon sagen, feindliche Panzer die gehört doch zu uns egal, was ich schreibe fahr da kommt was Okay, das wird schnell. Naja, damit dann halt. Okay, dann würde ich mal ganz gut schätzen, fahren wir wieder los. Das ist eine Situation, wo man jetzt nicht hinlöchte, kann man das Sperrfeuer aktivieren und die ganze Sache läuft. Ich habe die Welt auf. Such die Einwanderung am anderen vor. Warte, fahre. So rollen wir hier vor. Er wird dann fast auch Beta-Trailer fest. Das ist auch raus. Das ist sicher. Das heißt, dass wir nun vorwürgen können. Oh fuck. Aber der ist schon ausgelockt. Ja, der ist schon ausgelockt. Mit dem Sinn. Mit dem Taktor eigentlich. Oh fuck, was geht hier? So. Wird gerade schon fleißig geschossen. Hinter mir, neben mir. Überall. Jetzt die erobern einen Bereich. Ich. Gar ich. Verbündete Truppen hast du nicht angenommen. Hihi. Oh, ist alles drauf, was geht. Der hat mein Geschützturm ausgelockt. Noch. Noch. Noch damit. Na egal, wir haben uns ein... Na egal, wir haben uns nichts eingenommen. Wird doch schon mal schön und wir können auch hoffen, dass wir die Schlacht überleben. Haha. Geht es woanders gespawnt? Aber okay, es geht ja. mit dem der Vogschatz dass wir nach C überfahren eigentlich hatte ich jetzt vor müssen wir mal wieder nach C zu kommen Warte, fang ähm doch, das sind eher eigentlich gute Schlitzpunkte auch so euer Baby Warte, der Sieg ist Kaipa Warte, fang Warte, fang Warte, fang Warte, fang wir schalten den rückwärtsgang ein ok what the fuck so 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 Was ist das? Wo bin ich denn beschossen? Oh Mann! Ich bin die ganze Zeit beschossen! all zum Antwerpen die 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 was braucht auswärts das schwarzen sie machen sich gerade aufnehmen und das wird zu ok auf auf er hat alle der das erworben der ist die Bauern das Dienst so wirklich Prozent Modifikation verzerbrechende Moditionen Sperrfeuer anfordern ist jetzt auch soweit wir das doch erwerben nicht wahr was macht das denn ich habe zum Beispiel ein Kerngeschoss Durchschlag s durchschnittliche 60 durch bpb alle schaden Sperrfeuer anfordern haben wir jetzt auch dort im Feld ein Nachteil an bestimmten Bereich anzufordern hier ist gut natürlich ich habe noch schöner verabschieden gleicher in der Runde dran also ja schließen wir es dann sagen und Bye Bye bis jetzt bei den Markstar und tschüss Tschüss Tschüss